Hallo ihr Lieben! Heute wollte ich ja euch gerne den Speedrun zu meinen gelesenen Büchern aus 2019 präsentieren und das ist jetzt der zweite Versuch für dieses Video. Ich habe eben schon mal angefangen und eine Viertelstunde aufgenommen und habe halt versucht mit Timern und Stoppuhren zu arbeiten, damit ich halt mich auch wirklich an eine Grenze halte für die Bücher und es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich komme einfach nicht klar. Ich stehe dann so unter Druck bei 20, 30 Sekunden. Ich habe es gerade ausprobiert. Ich komme damit einfach nicht zurecht. Ich schaffe es nicht in dieser kurzen Zeit so viel über die Bücher zu sagen, wie ich gerne möchte. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ich versuche weiterhin einen Speedrun zu machen, also wirklich schnell und viel zu erzählen in kurzer Zeit zu den Büchern, damit dieses Video nicht sehr, sehr lang wird. Es sind insgesamt, glaube ich, 89 Bücher, die hier auf meinem Stapel liegen. Das heißt, wenn ich mir für jedes Buch eine Minute Zeit nehmen würde, würde dieses Video 89 Minuten gehen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach so. Ich werde jetzt keine Stoppuhren mehr benutzen. Ich werde keinen Timer benutzen. Das setzt mich einfach viel zu sehr unter Druck und dann schaffe ich es nicht, irgendwas zu erzählen. Ich werde jetzt einfach anfangen und hier jeden Stapel durchgehen und ich werde dieses Video splitten. Weil 89 Minuten am Stück, das tut sich kein Mensch an. Also das macht einfach niemand. Und ich gehe jetzt einfach jeden Stapel hier durch. Auf jedem Stapel habe ich ungefähr 20 Bücher liegen. Das heißt, ich werde dieses Video in mehrere Teile aufteilen. Ich werde diese Videos dann kurz hintereinander auch hochladen und veröffentlichen für euch. Aber das macht einfach keinen Sinn, wenn ich mich selber unter Druck gesetzt fühle und euch dann nichts erzählen kann zu den Büchern. Ihr wisst, ich rede gerne, ich rede viel über Bücher und wenn ich dann selber so unter Druck stehe mit den 20 Sekunden, ich schaffe das einfach nicht. Dafür rede ich zu viel und dafür rede ich einfach zu gerne. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich fange an. Ich nehme mir jeden Stapel vor. Ich habe hier noch meinen Goodreads, meine Lese-Challenge von 2019, wo ich nochmal mit gucke, was für Bücher ich 2019 gelesen habe, die ich nicht mehr hier habe. Das heißt, ich gucke immer nochmal mit in die Reading-Challenge rein. Was für Bücher habe ich nicht mehr da? Was habe ich weggegeben? Diese Bücher blende ich euch dann hier ein und erzähle euch dazu dann auch noch das, was ich weiß. Aber das macht einfach keinen Sinn, wenn ich mich zu sehr unter Druck setze. Dann wird das Video für euch nicht schön und für mich nicht schön. Und deswegen machen wir es so. Ich habe vier große Stapel hier liegen. Ich kann euch ja mal ein Foto von diesem Stapel hier einblenden, wie groß der ist. Ich würde jetzt einfach jeden Stapel mir vornehmen und zu jedem Stapel einen Videoabschnitt machen. Dann haben wir vier Videos. Wie gesagt, ich gucke, dass ich sie wirklich an vier aufeinanderfolgenden Tagen auch hochlade, die Videos. Aber das funktioniert sonst nicht. Ich kriege das sonst nicht auf die Kette. Und ja, deswegen kriegt ihr jetzt heute den ersten Teil von allen gelesenen Büchern 2019. Und ja, wir fangen mit dem ersten Stapel heute an, arbeiten uns dann zum zweiten, dritten und vierten vor. Also ich drehe das jetzt dann am Stück. Ich werde dann nachher wieder Fusseln im Mund haben. Aber ich denke, das ist so am besten, weil dann kann ich mir in Ruhe ein bisschen mehr Zeit lassen für das Video. Dann kann ich ein bisschen zwei, drei Sachen mehr über die Bücher sagen, außer in 20 Sekunden alles runterzuhetzen. Und ja, mein Mann macht Kaffee. Super. Aber ja, auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Und ich denke, das ist die bessere Lösung, bevor ich jetzt hier alles runterhetze. Und ja, wir starten heute, wie gesagt, mit dem ersten Stapel. Und ich hoffe, dass der Kaffee gleich durchgelaufen ist von meinem Mann und wir nicht mehr so viele Backgroundgeräusche haben. Und dann arbeiten wir uns immer weiter vor, bis wir fertig sind. Und das kriegen wir irgendwie hin. Und ich weiß, ihr guckt sehr, sehr gerne lange Videos. Und wie gesagt, dann haben wir nochmal einmal alle Bücher von 2019. Wie gesagt, ich versuche es immer noch als Speedrun zu machen und relativ kurz zu halten, dass es nicht zu ausschweifend ist. Zu den meisten Büchern kann ich auch gar nicht mehr so viel sagen, weil ich nicht mehr so genau weiß, was da genau alles war und so. Aber ja, so zwei, drei Sachen möchte ich schon gerne sagen. Und wie gesagt, mich dann auf 20 Sekunden nach einzugrenzen, das funktioniert halt einfach nicht. Und jetzt habe ich wieder lang und breit und groß erzählt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Speedrun für die gelesenen Bücher 2019. Das erste Buch, was ich 2019 gelesen habe, war Solange wir schweigen. Das ist der dritte Teil der Ivy Years-Reihe und es war mein allererster Gay-Roman. Denn in diesem Buch geht es um Graham und Ricker. Und Graham und Ricker waren beide 15 Jahre alt, als sie sich ineinander verliebt haben. Und diese Liebe durfte damals nicht sein. Und jetzt treffen sie viele Jahre später wieder aufeinander. Und ja, das Feuer entfacht erneut zwischen ihnen. Aber Graham hat seine Homosexualität immer verheimlicht und verleugnet. Und ja, jetzt muss er sich damit auseinandersetzen. Und was mit den beiden alles passiert, darum geht es in diesem Buch. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch richtig, richtig gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es war mein erster Gay-Roman. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, das Buch zu lesen, weil ich nicht wusste, kann ich mich da hineinversetzen? Kann ich da mitempfinden? Kann ich das nachvollziehen? Aber diese Bedenken waren völlig grundlos. Es hat alles super funktioniert. Ich finde die Geschichte großartig. Ich muss sie unbedingt mal wieder lesen. Ich fand dieses Buch einfach ganz, ganz toll. Und jeder, der gerne New Adult-Geschichten liest, sollte sich The Ivy Years, solange wir schweigen, auf jeden Fall mal angucken. Und jeder, der gerne mal einen Gay-Roman ausprobieren möchte, sollte sich das Buch hier auf jeden Fall angucken. Ich kann es wirklich so als Einstieg wirklich nur empfehlen. Dann danach habe ich gelesen, Schenke mir deine Träume von Mary Forst. Das ist der vierte Teil der Green Mountain Serie. Und hier geht es um Hunter und um Meghan. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Ich war dann allerdings eher enttäuscht als alles andere, denn in diesem Buch ging alles einfach viel, viel, viel zu schnell. Es ging einfach viel zu schnell. Meghan war jahrelang in Will verknallt und dann kommt Hunter daher und zeigt Interesse an ihr. Und auf einmal ist sie Fall in Love mit Hunter. Und da hat für mich einfach diese Brücke gefehlt, dieser Übergang. Und ja, das hat das Buch für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Es ist eine süße Geschichte. Ja, Meghan und Hunter sind auch ein süßes Paar. Aber wie gesagt, es ging mir einfach alles viel zu schnell in diesem Buch. Und ja, für mich ist das auch definitiv der schwächste Teil der kompletten Reihe bisher. Danach habe ich dann gelesen, Dragon Fortune Episode 1 von der lieben Niki Pekizo und Taya Anders. Das ist eine Jugendgeschichte, wo es um Drachen geht und um einen Fluch und um einen Prinzen. Und es geht hier um Dominik. Und Dominik wird mit Syrah zusammen auf einer Burg eingesperrt quasi. Und ja, das hängt mit einem Fluch zusammen. Und die beiden müssen jetzt irgendwie diesen Fluch brechen. Und dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Und ja, was die beiden dann halt alles so gemeinsam auf dieser Burg erleben. Und was das alles mit diesem Fluch auf sich hat. Und was da alles dann noch passiert. Das ist es, worum es in Dragon Fortune geht. Und Dragon Fortune, gesagt, es ist die erste Episode. Das lässt sich easy peasy lesen. Ich muss da auch unbedingt mal weiterlesen. Ich habe Episode 1 und 2 gelesen. Danach irgendwie habe ich aufgehört. Ich muss da dringend mal weiterlesen. Und ja, ich kann jedem, der gerne Jugend-Fantasy-Bücher liest, das hier auf jeden Fall nur empfehlen. Ist eine richtig coole Geschichte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und allein, dass der Protagonist Dominik heißt, muss ich lesen. Weil mein Mann heißt ja auch so. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich euch nur empfehlen. Super süße Geschichte. Danach habe ich ein Buch gelesen, was ich nicht mehr hier habe. Ich habe dieses Buch jetzt vor kurzem erst aussortiert. Und habe es der Annika geschickt. Und zwar habe ich All I Want for Christmas von Julia K. Stein gelesen im Januar noch mit. Und ja, das ist eine super süße, niedliche Liebesgeschichte. Aber es ist kein Buch, was ich nochmal lesen werde. Es gibt ja so Bücher, wo man weiß, die liest man definitiv nochmal. Die behält man dann auch. Und es gibt so Bücher, wo man weiß, die lese ich sowieso nicht nochmal. War eine süße Geschichte. Hat mich jetzt aber nicht so begeistern können, dass ich sie unbedingt nochmal lesen möchte. Und so ging es mir mit All I Want for Christmas. Ich fand das, wie gesagt, alles ganz süß. Da geht es ja um so eine Hochzeit. Und der Trauzeuge und die Trauzeuginnen, die sich eigentlich nicht leiden können, schließen sich dann zusammen und versuchen, die Hochzeit zu verhindern. Weil sie beide denken, dass sie eigentlich gar nicht so zusammenpassen. Und während sie da ihre Pläne schmieden, stellen die beiden fest, dass sie doch eigentlich ganz gut zusammenpassen. Und was dann halt mit den beiden alles so passiert. Und was sie so erleben. Und was am Ende mit der Hochzeit passiert. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Wie gesagt, super süße Geschichte. Aber konnte mich jetzt nicht so begeistern, dass ich sage, ich muss es auf jeden Fall nochmal lesen. Deswegen habe ich es auch sortiert. Also falls ich zwischendurch immer mal unscharf werde, sorry, ich kriege das nicht immer mit mit der Kamera. Ja, auf jeden Fall habe ich dann danach gelesen von Wikiland Player. Das ist der zweite Teil aus der Reihe. Ich muss allerdings sagen, dass der vom Klappentext mich hier einfach mehr angesprochen hat wie der erste. Und ich muss sagen, der zweite Teil hier hat mir super gut gefallen. Es ist eine super witzige Geschichte, um eine Frau, die günstig ein Büro mietet, nur um dann kurze Zeit später festzustellen, dass sie betrogen wurde und das Büro eigentlich wem anders gehört. Nämlich einem Anwalt. Und ja, der das gar nicht lustig findet, dass sie da in seiner Praxis rumspringt. Und ja, die beiden treffen dann aufeinander. Und es ist eine sehr, sehr witzige Begegnung. Und ja, was mit den beiden dann hat alles so passiert. Und wie unsere Protagonistin diesen Schlamassel überwindet, das ist, worum es in diesem Buch geht. Es ist eine super witzige Büroromanse. Das kann man nicht anders sagen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich wollte auch hier die weiteren Teile dieser Reihe irgendwann mal lesen. Aber erst muss ich vorher noch ein paar andere Reihen beenden. Deswegen bleibt Player auf jeden Fall bei mir. Es ist eine super coole Geschichte. Schaut sie euch an. Danach habe ich dann Broken Darkness so verführerisch gelesen. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Der erste und der zweite Teil gehören zusammen. Und Broken Darkness ist so ein bisschen mal eine etwas andere Geschichte. Also es ist auch eine Liebesgeschichte, aber sie ist ein bisschen düsterer. Sie ist ein bisschen abgefuckter. Das kann man nicht anders sagen. Sie ist vom Vokabular her ein bisschen derber. Und ja, es passieren sehr, sehr viele krasse Dinge in dieser Geschichte. Und ich fand es gut, weil es halt einfach mal ein bisschen anders war. Weil es halt einfach mal ein bisschen derber war. Weil es halt einfach mal total abgedreht war auch. Und ja, ich habe das sehr, sehr gemocht. Und jeder, der gerne mal so abgedrehte Geschichten lesen möchte, sollte sich Broken Darkness auf jeden Fall angucken. Ich fand es super. Und ja, ich kann, da der zweite Teil ist, nichts zum Inhalt sagen. Sonst würde ich euch spoilern. Deswegen lassen wir das auch an dieser Stelle. Danach habe ich dann ein Buch gelesen, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Was ich persönlich auch den besten Teil dieser Reihe bisher finde. Und zwar habe ich dann gelesen, Keep, das ist der zweite Teil der Mills Brothers Reihe. Und dieses Buch ist einfach so mega lustig. Wirklich, wenn ihr eine witzige, romantische, gefühlvolle Geschichte lesen wollt, dann schaut euch Keep und Stay auf jeden Fall an und auch Hold. Aber Keep ist und bleibt der Lieblingsteil für mich. Es geht hier um Amelie. Und Amelie wird auf ihre Hochzeit betrogen. Und sie reist dann alleine in ihre Flitterwochen und trifft am Flughafen einen Mann. Und allein diese Szene am Flughafen, Leute. Allein für dieses jene lohnt es sich, dieses Buch zu kaufen. Und zu lesen. Und ja, was dann mit ihr und diesem Mann passiert, der auch auf ihrer Hochzeit war, wohlgemerkt. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte hier nicht so viel verraten. Ich fand das Buch einfach großartig. Es ist mega witzig. Es ist voller Fremdschämmomente. Und ja, ich liebe diese Reihe einfach sehr und kann euch Keep wirklich von Herzen nur empfehlen, wenn ihr gerne mal ein Buch lesen möchtet, was witzig ist, was trotzdem noch gefühlvoll und ein bisschen auch sexy ist. Dann schaut euch Keep auf jeden Fall an. I love it, I love it, I love it. Nach Keep habe ich dann gelesen Sehnsucht nach Sommer von der lieben Jackie Fellgut. Das hier ist wieder so eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte ohne Erotik, wohlgemerkt. Jackie schreibt ja immer alle ihre Bücher ohne Erotik. Und in diesem Buch geht es um ein altes Bed & Breakfast, was gerettet werden soll. Und dafür kehrt, wie hieß unsere Protagonistin? Ich im Namen, ne? Dafür kehrt Lucy nach langer, langer Zeit mal in ihre Heimatstadt Newfane zurück. Und ja, was mit Lucy und diesem Bed & Breakfast alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich fand es super cool. Es ist eine richtig süße Geschichte, so viel zwischendurch echt perfekt zum Lesen. Und ja, ich mag ja die Bücher von Jackie sowieso. Also ihr wisst ja, ich bin ein Jackie-Fellgut-Fan. Ich muss auch die ganzen Bücher, die ich von Jackie dieses Jahr noch verpasst habe, letztes Jahr. Wir sind ja schon 2020. Also die Bücher, die ich 2019 von Jackie noch verpasst habe, die muss ich mir auch alle mal noch kaufen und lesen. Und ja, ich kann euch Sehnsucht nach Sommer nur empfehlen. Eine richtig, richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Dann habe ich eine neue Reihe angefangen, und zwar Golden Dynasty von Jennifer Almentrow. Das ist der erste Teil, größer als verlangen. Und ich muss sagen, dass mir der erste Teil dieser Reihe schon sehr, sehr gut gefallen hat. Es geht hier um Lucian und um Julia und ein großes Familiengeheimnis und Intrigen und dann passieren noch paranormale Dinge in dieser Geschichte. Und ich fand dieses Buch einfach mega gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe Jennifer Almentrow. Das wisst ihr, diese Frau trifft einfach on point meinen Geschmack zu 1000%. Und so war es bei Golden Dynasty auch. Das ist eine erotische Liebesgeschichte, wie gesagt, mit so einem kleinen, paranormalen Touch. Und das fand ich super cool. Und ja, ich habe den ersten Teil geliebt und ich konnte es kaum erwarten, dass dann der zweite und der dritte Teil erscheint. Im ersten Teil geht es um Lucian, und im zweiten dann um seinen Bruder Gabriel und im dritten dann um den dritten Bruder und um Devlin. Und es ist so krass, was in dieser Geschichte alles passiert, was halt auch diese Background-Geschichte betrifft, die über alle drei Teile geht. Es ist einfach so unglaublich krass, was da alles passiert. Und ich kann euch Golden Dynasty wirklich empfehlen, wenn ihr gerne erotische Liebesgeschichten lest. Schaut euch das Schätzen hier an. Es ist mega. Danach habe ich dann dieses Buch hier gelesen mit der lieben Tina zusammen. Ich glaube, ich habe meinen Unmut über dieses Buch nicht mehr als einmal zum Ausdruck gebracht. Hier wird eine Vergewaltigung verharmlost. Hier wird, ja, hier wird alles verharmlost in diesem Buch. Wenn man sich schlägt und Drogen nimmt und auf den Strich geht. Und das ist alles nicht schlimm in diesem Buch. Das ist alles völlig normal. Man kann über diese Dinge hinwegsehen und verzeihen. Und das ist halt einfach so. Das ist doch normal, wenn man vergewaltigt wird. Und meine, pff, mein Gott. Kann man auch einen Tag später mit dem Typen wieder so tun, als wäre nichts gewesen. Also er ist halt ein bisschen krank im Kopf. Mein Gott. Muss man halt verstehen, ne? Als Mensch. Aber ganz ehrlich, dieses Buch, ne? Mehr dazu in meinem High- und Lowlight-Video. Aber ihr könnt euch alle denken, dass das das beschissenste Buch war, was ich jemals gelesen habe. Und dass ich jedem nur raten kann, lasst die Finger von diesem Buch. Und ich frage mich immer noch, wie dieses Buch auf Amazon eine 4,5 Sterne Bewertung haben kann im Schnitt. Nein. 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 Dieses Buch ist scheiße. So Ende. Dieses Buch ist... Da ist einfach alles falsch in diesem Buch. Und ich frage mich auch, was mit der Autorin nicht stimmt. Wirklich. Sorry, Leute. Aber ich habe noch niemals so eine krasse Vergewaltigung gelesen. Und dann zwei Seiten später war alles wieder super. Alles war verziehen. Und auch dieses Ende von diesem Buch. Ich meine, ich habe es mit Tina dann durchgezogen, weil wir einfach diese gequillte Scheiße... Wir wollten dann wissen, was am Ende noch passiert. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein Scheißbuch lest, dann wollt ihr einfach wissen, was am Ende noch passiert. Und dieses ganze Buch war einfach nur gequillte Scheiße. Und es war einfach nur... Es war einfach Scheiß. Und lest dieses Buch nicht. Es seid mir bald Scheiße lesen. Aber ich kann auch wirklich jedem... jedem Elternteil da draußen nur sagen, wenn ihr Kinder habt, die zwischen 12 und 16 sind, die sollen die Finger von diesem Buch lassen. Die kriegen völlig falsche Werte vermittelt. Wirklich. Passt auf eure Kinder auf, wenn es um dieses Buch geht. Viereinhalb Sterne auf Amazon. Ich frage mich echt, Was ist da falsch? Sorry. Also die Autorin ist für mich auch komplett raus. Ich weiß, dass Antonia Michaelis ganz, ganz viele tolle Bücher geschrieben hat und dass sie viele Preise gewonnen hat und dass immer wieder ihr Schreibstil gelobt wird. Aber für mich ist die Autorin raus. Also mit der Märchenerzähler hat sie sich für mich komplett ins Aus geschossen. Das ist ein Buch. Also das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So. Genug dazu. Es ist Scheiße. Fertig. Gut. Nach der Scheiße habe ich dann ein weiteres Buch gelesen. Und zwar habe ich dann gelesen Entführt, Bist du mich liebst von Mila Olsen. Das hier ist jetzt der Sammelband vom ersten Teil und zweiten Teil. Also das ist der erste Teil nochmal aus der Sicht von ihm. Den habe ich aber bis jetzt nicht gelesen. Ich muss sagen, ich war von Entführt ein bisschen enttäuscht. Hier geht es ja um wie sie Luisa und Luisa wird auf einem Campingausflug von einem fremden Mann in die Wildnis Kanadas verschleppt und entführt und ja, dann entwickelt sich halt so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und ich muss sagen, ich konnte mich jetzt leider nicht so überzeugen. von der Umsetzung her hat sie mich nicht hundertprozentig gepasst. Ich habe das Buch gelesen, weil ganz, ganz viele auch andere Booktuber von dem Buch so geschwärmt haben. Aber ja, meine Geschichte war es nicht. Also ich fand es okay, es war kein grottenschlechtes Buch, aber es ist keine Geschichte, die mich extrem packen konnte, wo ich halt auch sage, oh mein Gott, das ist so eine gute Geschichte, lest es. Nein. Es war ein Buch, das war für mich okay, es war ganz nett, aber so das Ganze konnte mich leider nicht überzeugen und war jetzt halt auch nicht so meine Geschichte. Mehr kann ich dazu jetzt halt auch nicht mehr sagen, ne? Also es war halt einfach nicht mein Buch. Ja, danach habe ich dann das Schätzchen hier gelesen und zwar Heartless von Sarah Wulff, der Kuss der Dieben. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Der zweite Teil kommt glaube ich jetzt dieses Jahr im Mai kommt der glaube ich raus, am 1. oder 2. Mai oder sowas. Und ja, das Buch war auch richtig, richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an die Geschichte nicht mehr 100% erinnern. Ich habe noch so das Gröbste und das Wichtigste im Kopf, aber so an alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Es geht in diesem Buch um, Gott, jetzt geht es schon los. Wie hieß sie noch gleich? Sarah, genau. Es geht in diesem Buch, gerade in die Nase, es geht in diesem Buch um Sarah und Sarah ist eine Gefangene einer Hexe. Die Hexe hat ihr Herz quasi gefangen und deswegen ist sie die Klaren dieser Hexe. Und die Hexe hat was mit ihr vor und zwar ist es so, dass die Hexen in der Welt gejagt und getötet werden und das wollen die natürlich verhindern und Sarah soll da jetzt quasi als Spitzel in das Königshaus eingeschleust werden und ja, die verfolgen halt einen Plan und ja, aber es kommt dann halt natürlich immer alles anders, wie man denkt und was halt mit Sarah und auch dem Prinzen und so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich weiß auch noch, dass das Buch einen übelst fiesen Cliffhanger hatte. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil hier auch lesen. Ich fand das Buch wirklich richtig, richtig gut. Jeder, der gerne Jugendteil Fantasy liest, sollte sich das Buch hier auf jeden Fall angucken. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich mich gerade nicht mehr 100% an die Geschichte erinnern kann. Ich weiß aber, sobald ich hier in den Klappentext lese und den Rückband, dann ist das auch alles wieder da in meinem Kopf. Aber ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Mir hat es ultra gut gefallen. Wirklich. Sehr, sehr coole Geschichte. Danach habe ich dann gelesen, das Licht des Ozeans, Age of Trinity. Das ist der 17. Band der Gestaltmantelreihe, glaube ich. Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier um Bowen Knight und Bowen kennt man schon aus den ganzen vorherigen Teilen und ich habe mich sehr gefreut, als er dann seine eigene Geschichte bekommen hat und ich fand die Geschichte richtig, richtig cool. Mir hat sie mega gut gefallen. Ich fand das Ende schön und ja, für mich war das eine Geschichte, die ans Herz geht und ja, ich liebe die Gestaltmantelreihe. Jeder, der sich jetzt denkt, hey, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an, diese Bücher zu lesen, macht es nicht. Kämpft euch wirklich vom ersten Band an durch, durch alle Teile. Ihr werdet es nicht bereuen, denn diese große Hintergrundgeschichte, die hier noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist es einfach wert, von Anfang bis Ende gelesen zu werden. Diese Reihe ist quasi zwar eine Companion-Reihe, also in jedem Buch gibt es ein anderes Liebespaar, aber die große Backgroundgeschichte muss wirklich von Anfang an gelesen werden, dass man sie versteht. So, ich liebe die Gestaltmantelreihe, ich fand das Licht des Ozeans wieder großartig und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Lest diese Reihe, sie ist so unglaublich gut. Nach das Licht des Ozeans habe ich dann eine Reihe beendet und zwar die Wicked-Reihe von Jennifer Armandtrout. Ihr wisst ja, dass die Wicked-Reihe jetzt nicht zu meinen Lieblingsreihen von Jennifer Armandtrout gehört. Ich weiß nicht, woran das lag, aber die Reihe konnte mich jetzt nicht so 1000% überzeugen wie Dark Elements oder Obsidian oder Revenge oder Dämonentochter oder keine Ahnung, was für andere Reihen die Autorin gerade noch geschrieben hat. Die Wait For You-Reihe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wicked ist für mich da eher eine schwächere Reihe gewesen. Vielleicht ging es auch mit dieser Elfen- und Underworld-Thematik zusammen. Das ist einfach nicht so mein Thema, Elfen-Underworld. Das ist, ja, das ist halt einfach nicht so meins und ich glaube, deswegen war die Reihe für mich auch jetzt nicht so BAM. Es ist aber trotzdem eine richtig coole Geschichte. Ich mag die Charaktere total. Tink, bester Nebencharakter ever. Wirklich, ich liebe Tink. Ich kann euch die Wicked-Reihe von Jennifer Armandtrout wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, das ist jetzt der dritte Teil, Brave. Ich fand, das war ein super Abschluss für die Reihe. Es ist ein offenes Ende hier in diesem Buch. Also, es ist schon ein Abschluss da, aber es könnte rein theoretisch weitergehen. Das merkt man ja auch, denn es kam ja jetzt noch Kiss draus. das Spin-Off zur Wicked-Reihe und ja, Kiss hat mir auch ultra gut gefallen, sogar noch ein bisschen besser als die Wicked-Reihe selber und ja, ich kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Ich liebe Jennifer Armandtrout, tolle Charaktere, tolle Setting, alles drum und dran hat mir super gut gefallen, aber wie gesagt, konnte mich nicht so zu 1000% überzeugen wie die anderen Reihen. Danach habe ich dann mit einem Re-Read gestartet und zwar habe ich dann Grisha gelesen, Goldene Flammen von Labordoo. Das ist der erste Teil, den hatte ich vor, ich glaube, drei Jahren oder zwei Jahren schon mal gelesen und ja, ich wollte diese Reihe 2019 lesen und beenden, was ich auch gemacht habe und deswegen habe ich dann Grisha nochmal re-readed, weil es halt einfach schon echt lange her war, dass ich den ersten Teil gelesen habe und ja, ich liebe Grisha, es ist eine wahnsinnig tolle Jugendteil-Fantasy-Geschichte und ja, wer sie noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Es gibt inzwischen einen Schuber, wo man diese Bücher kaufen kann wieder, Gott sei Dank, die gab es dann eine ganze Zeit lang nicht und ja, ich liebe Grisha. Es geht in dieser Reihe um Alina und Alina ist ein ganz normales Mädchen und sie ist auch ein bisschen kränklich und schwach und nicht so die Schönste und ja, eines Tages will Alina mit ihren Soldatenkollegen quasi die Schattenflur überqueren. Das ist so eine Wand aus Schwärze und da leben ganz, ganz bösartige Wesen, die Volkra und ja, sie wollen diese Schattenflur überqueren und werden von den Volkra angegriffen und da tut Alina etwas, was sie eigentlich nicht können sollte und ja, was daraufhin mit Alina alles passiert und was da alles noch für große Konsequenzen dran hängt, das ist es, worum es in Grisha im Groben geht, wirklich im Groben, Groben und ja, ich liebe die Reihe, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, schaut sie euch an und ja, habe ich rereadet, Grisha, den ersten Teil. Danach habe ich dann eine Novelle gelesen und zwar In Liebe John heißt sie von Jasmin Winter. Das ist eine Kurzgeschichte, die geht so glaube ich über 140, 150 Seiten und hier geht es um zwei beste Freunde, die sich treffen zum allerersten Mal, also die haben sich immer nur über Skype unterhalten und halt über das Internet kennengelernt und jetzt wollten sie sich halt an Weihnachten einmal einfach treffen, sie haben beide nur 24 Stunden Zeit und ja, wollen sich halt einfach einmal treffen und als sie sich begegnen und aufeinandertreffen, merken sie, dass da noch viel, viel mehr ist zwischen den beiden außer Freundschaft und ja, was dann mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es in dieser Novelle geht. Ich fand sie super süß, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und ja, wenn ihr mal Lust auf eine Novelle habt, schaut euch in Liebe John auf jeden Fall an. Ich fand die Geschichte zuckersüß und mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes habe ich dann ein Buch gelesen, was ich inzwischen auch nicht mehr besitze und zwar die Ellingham Academy von Morgan Johnson, das ist der erste Teil einer Dialogie und ich muss sagen, bei der Ellingham Academy, da waren mir zu viele Dinge ungeklärte, da waren mir zu viele Plotlöcher, da hat für mich zu vieles nicht zusammengepasst und es geht hier um eine Schule, an der Morde passieren und unsere Protagonistin versucht dann herauszufinden, was da alles dahinter steckt und ja, es war ein Buch, was mich nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Ich weiß noch, dass es mir einfach nicht so gut gefallen hat, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau an alles erinnern, aber ja, es konnte mich im Endeffekt im Groben und Ganzen nicht überzeugen. Es war okay, es war kein schlechtes Buch, aber ja, für mich war da einfach zu viel Unklar am Ende und das Buch konnte mich jetzt nicht zu hundertprozentig überzeugen, deswegen habe ich es auch wieder aussortiert und weitergegeben und ja, Eddingham Academy war nicht meine Geschichte. Danach habe ich dann wieder mal einen Liebesroman gelesen und zwar Maybe This Time und Plötzlich ist es für immer, das ist der zweite Teil der Colorado Ice Reihe und in diesem Buch geht es um Ben und Olivia und Ben trifft Olivia bei der Scheidung von seiner Frau und Olivia ist die Anwältin seiner Frau und man muss sagen, Ben hat im Suff geheiratet in Las Vegas und er wollte das eigentlich alles so gar nicht und ja, jetzt treffen die beiden halt in dieser Situation aufeinander und das ist echt richtig, richtig übel so ein bisschen teilweise, aber ich muss sagen, ich fand die Geschichte richtig cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich fand es war eine super süße Liebesgeschichte, ich finde ja den ersten und den zweiten Teil dieser Reihe wirklich super, den dritten habe ich jetzt im Januar gelesen, der war leider nicht so gut wie der erste und der zweite, der war eher schwächer, was ein bisschen schade war, aber der hier ist echt richtig süß und den kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, es ist, wie gesagt, eine zuckersüße Liebesgeschichte mit Erotik wieder. Danach habe ich dann das Buch hier gelesen, Broken Darkness, so gefährlich und oh mein Gott, was war das für eine Geschichte? Ich weiß noch, dass dieses Buch total abgefahren war, es war sehr sexuell, es war sehr obszön und alter, was hier alles in diesem Buch passierte, das war einfach so überhaupt nicht meins. Also in diesem Buch geht es um Joanne und um Max und Max ist der Bruder von dem Protagonisten aus dem ersten Teil und Joanne ist ein Nebencharakter aus dem ersten und dem zweiten Teil und ja, Joanne tut Max quasi entführen und versucht Informationen aus ihnen rauszukriegen und ja, die beiden fühlen sich aber sehr stark zueinander hingezogen und ja, was dann halt mit den beiden so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich kann wirklich nur sagen, dieses Buch ist sehr sexuell, sehr obszön, sehr derb und das war halt alles nicht so meins. Also im ersten und im zweiten Teil war das ja auch schon alles sehr derb und ein bisschen obszöner und ein bisschen abgedrehter einfach alles aber der zweite Teil toppt das nochmal um Längen und das war so zu viel einfach für mich des Guten. Das Buch war ganz, ganz, ganz nett halt so von der Story her und wäre das alles so ein bisschen weniger gewesen mit dem ganzen sexuellen auch, dann wäre das auch ein richtig cooles Buch für mich gewesen aber so war es mir einfach vom sexuellen Anteil her zu viel aber die Geschichte, die eigentlich so dahinter steckt, fand ich doch ganz cool. Ja, aber ansonsten war es mir einfach zu viel des Guten mit allem drum und dran. Mein Mann kocht Kaffee Nummer zwei. Ähm, ja, das letzte Buch für dieses Video jetzt für den ersten Teil ist Cinder und Ella von Kelly Orem. Das ist eine Jugendliebesgeschichte und ich muss sagen, dieses Buch ging mir echt an den Nieren. Ich habe echt mit Ella gelitten. Ich habe wirklich mit ihr gelitten. Ich habe mit ihr gefühlt, ich habe mit ihr geweint, ich habe mich mit ihr aufgeregt. Dieses Buch ist mir echt richtig an die Nieren gegangen, ähm, was ja nur für das Buch spricht. Also ich kann wirklich jedem, der absolut mal eine wunderschöne Liebesgeschichte lesen möchte, ohne Erotik, der sollte sich dieses Buch hier auf jeden Fall angucken. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Super gefühlvoll, tolle Charaktere, eine tolle, eine tolle Story einfach. Und, äh, ja. Ich finde dieses Buch so, wie es ist, perfekt. Und deswegen werde ich auch den zweiten Teil nicht lesen. Für mich ist diese Geschichte so, wie sie hier abgeschlossen ist, perfekt. Ich habe zwei, drei Meinungen gehört zum zweiten Teil und, ähm, das bestätigt auch meine Vermutung, worum es im zweiten Teil geht. Und, nee, das möchte ich einfach nicht lesen. Also für mich war diese Geschichte so, wie sie hier war, perfekt und abgeschlossen. Und, ähm, ja. Den zweiten Teil werde ich persönlich nicht lesen, auch wenn er vielleicht gut ist und euch gefällt. Aber ich werde ihn nicht lesen. Und, ähm, ja. Ich liebe dieses Buch. Es ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Wie gesagt, ich habe echt voll geheult bei dieser Geschichte teilweise. Und, ähm, ja. Es ist mir sehr, sehr ans Herz gegangen. Die Autorin hat einen wahnsinnig tollen Schreibstil. Und, äh, ja. Ich kann euch Tinder und Ella wirklich nur empfehlen. Schaut euch das Buch mal an, wenn ihr gerne Jugendliebesgeschichten lest. Aber auch alle Erwachsenen lest dieses Buch. Es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. So. Das waren so ungefähr die ersten 20 Bücher. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich kann ja mal so einen Counter noch mit irgendwo einblenden, ähm, wie viele Bücher es dann sind. Und, ja. Das war der erste Teil von meinen gelesenen Büchern 2019. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und sage jetzt einfach mal bis morgen, denn da kommt Teil 2. Und, äh, ja. Ich werde jetzt gleich weiterdrehen und, ähm, mal gucken, was für Bücher noch so auf uns zukommen. Ich sage jetzt einfach mal bis morgen. Tschüss! 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 Tschüss!